Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und habe natürlich auch keine Glaskugel vor mir stehen. Ja, heute geht es mal nicht um AMC oder irgendwie Kryptowährung, sondern heute geht es um ein Thema und das ist, worüber ich glaube ich die letzten zwei Jahre am häufigsten angesprochen worden bin, ist Alex, wie verdienst du eigentlich dein Geld und wie viel? Und in Bezug auf Geld sind ja die meisten sehr zurückhaltend oder die meisten sagen, jo ich habe hier 10.000 und da 50.000 und da 60.000 und reden vor sich hin. Ist aber auch überhaupt gar kein Problem in meinen Augen, denn Thema Geld, ja man sollte eigentlich hier nicht in der Öffentlichkeit damit, ja prahlen ist es falsches Wort, aber in die Öffentlichkeit damit zu gehen. Aber ich finde Transparenz, vor allem wenn zum Beispiel jemand wie ich in der Öffentlichkeit steht und eine große Community hat und diese weiter ausbaut, finde ich das eigentlich gerechtfertigt, um einfach mal dem einen oder anderen zu zeigen, wie verdiene ich mein Geld? Denn ihr wisst ja, seit 1.10. mache ich das alles hier hauptberuflich, erweitere einige Dinge und so weiter und deswegen möchte ich euch einfach mal in dem heutigen Video zeigen, wie verdiene ich Geld, mit was verdiene ich Geld oder mit was mache ich sogar Verluste? Denn das interessiert natürlich auch einige. Kommen wir zum ersten Punkt. Viele oder die meisten von euch wissen, ich habe ein AppCapFX Trading Board, habe da eine Community, trade tagsüber, mache YouTube und so weiter und so weiter und dort möchte ich euch jetzt hier wirklich mal zeigen, wie sich hier meine Einnahmen zusammenrechnen. Als erstes einmal YouTube, ihr seht es hier, die Zahlen sind oft sehr unterschiedlich, denn am Wochenende macht man eben weniger Videos als unter der Woche, aber die Aufnahmen belaufen sich hier, ja je nachdem 4000, 4500 Euro im Monat. Und das kommt natürlich zustande mit so wenigen Klicks in Anführungsstrichen, einfach aus dem Grund, weil im Finanzbereich man hier wirklich schon eine ziemlich hohe CPM haben kann. Das bedeutet pro 1000 Klicks, wie viel Euro man hier bekommt. Ja, wie gesagt, hier ist man ungefähr 4000, 4500 Euro im Monat und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und ihr seht es hier, das ist mein Broker RoboForex und hier seht ihr halt sehr schön, dass ich ungefähr im Monat zwischen 10.000 und 8.000, 9.000 abhebe. Hier nicht wundern, das sind jetzt nicht irgendwelche Millionenbeträge, sondern das sind Centbeträge, das heißt, das ist mein Kontostand, mit dem ich sehr oft trade und dann eben entsprechend monatlich mir einen gewissen Betrag auszahlen lasse. Wie gesagt, 2.8. 10.000 abgehoben, 4.10. 9.000 abgehoben, am 1.11. 8.937 abgehoben. Das kam durch einen gewissen Faktor bei RoboForex, in dem eben die Höchstsumme zum Auszahlen hier eben eingeschränkt war. Aber ihr seht es halt hier, ungefähr zwischen 10.000 und 8.000 Dollar, was natürlich, wenn der Dollar sehr stark ist, hier sogar nochmal sehr stark profitieren konnte im letzten Monat. Das war schon wirklich sehr, sehr gut. Das nächste ist IronFX. Hier seht ihr sehr schön, dass eben entsprechend weniger los ist. Das kommt einfach deswegen, die, die schon länger dabei sind, es gab vor Monaten bei IronFX ein technisches Problem mit dem Bot, war sehr, sehr traurig. Und deswegen habe ich dort zu diesem Zeitpunkt dann auch viel, viel weniger gemacht. Hier mache ich nur noch ein bisschen was. Wir können mal ein bisschen weiter zurückblättern, beziehungsweise hier seht ihr, 7.10. 5.333 Euro abgehoben. Dann, das sind die Abhebegebühr, ja, das ist natürlich hier auch ziemlich, ziemlich heftig, wenn man mit Kryptowährungen auszahlen lässt. Dann hier nochmal 878, das sind interne Überweisungen, das heißt, ich bekomme ein bisschen Geld, wenn jemand über meinen Links sich registriert hat. Das überweise ich dann auf das Hauptkonto, um das dann in einem Abwasch auszahlen zu lassen. Hier seht ihr ungefähr diese Beträge. Klicken wir mal weiter. Hier seht ihr Abhebung am 08.08.6300, nochmal am 08.08.2700, 20.06.509. Ungefähr in diesem Zeitraum, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gab es diesen Defekt oder dieses technische Problem. Also ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ihr seht hier, ungefähr habe ich jeden dritten, vierten Tag mir Geld auszahlen lassen. Deswegen bei IronFX ist es bei mir tatsächlich so, dass ich in letzter Zeit eher Geld ansammle, bis ich vier, fünf, sechstausend Euro zusammen habe und dann dies eben entsprechend auszahlen lasse. Ja, ihr seht es hier, YouTube, viertausend Euro ungefähr, viereinhalbtausend Euro, Roboforex ungefähr neun oder zehntausend im Monat, sind wir bei 15.000. Dann hier nochmal bei IronFX würde ich sagen so 2.000, 3.000 Euro im Monat sind wir, runden wir ab, 2.000 sind wir ungefähr bei 17.000. Und dann kommen wir natürlich zu dem Thema, was biete ich noch an, denn das ist ja im Prinzip das, was viele interessiert, wer mich noch nicht kennt, das bin ich. Also ich biete hier einmal diesen AppCapFX Bot an, da seht ihr hier diese Preisgestaltung, sehr, sehr viele nutzen natürlich diese Monatslizenz oder die Dreimonatslizenz. Es gibt aber auch tatsächlich sehr viele, die die Zwölfmonatslizenz direkt gekauft haben und da sind aktuell Verkäufe von knapp, ich glaube viereinhalbtausend Stück wurde das jetzt verkauft. Aktive User, wo wirklich aktiv täglich hier so gut wie dabei sind, würde ich sagen zwischen 1400 und 1700, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, denn einige lassen mal den Botten Woche ausfallen oder ausgeschaltet oder sagen einfach, ich warte die News ab, die CPI News zum Beispiel oder ich teste gerade was und lasse diesen Monat mal kein Bot oder kaufe kein Bot und so weiter. Da ist das sehr, sehr, sehr unterschiedlich immer und auf jeden Fall würde ich sagen ungefähr im Durchschnitt, ja so wirklich aktive, die den Bot nutzen, so 1200, 1100 User. Ja, dann kommen wir zur nächsten Sache, die Live-Analyse, da sind aktuell 140 User in meiner Telegram-Gruppe, das bedeutet im Prinzip, ich mache jeden einzelnen Tag und darüber wird es noch mehr News geben, wirklich über viele Währungspaare, Kryptowährungen und Indizien, jeden Tag kommt dort eine PDF für euch und hier wird dann direkt anhand der Elite Wave Strategie, der Order Book Strategie und der Preis Action, also je nachdem, hier Analysen von mir durchgeführt und die stelle ich dann eben zur Verfügung, wie ich eben dann davon ausgehe, dass hier eben entsprechend der Kurs geht. Ihr seht es dann hier ungefähr, wie das dann aussieht, dass der erste Tag, dass der, oder wartet kurz, äh, einmal zurück. Hm, Vorführer-Effekt, aber so ist es leider. Naja, auf jeden Fall, ihr seht es ja hier, es sind unterschiedliche Bilder, äh, genau, hier fängt es an, dann steht hier Confirmation Level zum Verkaufen, das heißt, würde der Kurs hier drunter gehen, würde ich eine Sell Order machen und dann kommt eben am nächsten Tag das nächste Bild, in dem, ist jetzt natürlich ein Musterbeispiel, gar keine Frage, in dem hier halt der Kurs immer weiter nach unten geht und jeden Tag gibt es darüber eben ein Update von mir und dies kostet im Monat 59 Euro. Jetzt sagen viele, oh, das ist aber so viel Geld, naja, man kann dieses, diese 59 Euro wirklich mit einem einzigen Trade innerhalb von ein, zwei Tagen bereits schon wieder rausbekommen. Natürlich muss man hier immer dazu sagen, es sind keine Garantien, die gibt es einfach an der Börse nicht und in Bezug auf Aktien, weil viele mich immer wieder fragen, ähm, beziehungsweise, ich rede einmal zu Ende, diese Past Challenge, das gibt es noch nicht, äh, da bin ich noch in Klärung, aber auf jeden Fall bezüglich Aktien. Ich werde immer gefragt, Alex, was ist denn mit Aktien, was ist denn mit Aktien, was ist mit Aktien? Die, die mich schon länger kennen und auch sogar privat kennen, wissen, ich distanziere mich immer mehr von Aktien, immer und immer mehr, einfach aus dem Grund, weil, jetzt unabhängig von AMC, weil Aktien, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, den einige vergessen. Es gibt diese ganzen YouTuber, die sagen, ach, meine Analyse zu Siemens als Beispiel. Jo, ihr kauft Siemens Aktien. Ist ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Aber, was ist, wenn die Siemens Aktie 4% fällt? Ihr müsst euch vorstellen, die Aktie muss nicht nur 4% wieder steigen, um damit ihr auf Plus, Minus, Null seid, sondern, man kann es eben ausrechnen, die müsste dann als Beispiel 5 oder 6% steigen, damit ihr erstmal wieder auf Plus, Minus, Null seid. Das nächste ist, ihr investiert zum Beispiel jetzt für dieses Jahr 100 Euro in Aktien. Jetzt macht ihr in einem Jahr 10% oder sagen wir mal 1000 Euro. Jetzt macht ihr 10%, das sind 1100 Euro, die ihr dann am Depotwert habt. Wow, aus 1000 Euro 100 Euro gemacht in einem ganzen Jahr und von den 100 Euro müsst ihr dann noch Steuern bezahlen. Ist ja überhaupt nichts Schlimmes. Also, langfristig gesehen, ja, kann es gut gehen. Wovon ich aber mittlerweile viel, viel überzeugt bin, ist 4X Trading. Einfach aus dem Grund, ich sehe täglich, was verdiene ich. Was mache ich für Verluste, denn man macht nicht nur Gewinne, das ist einfach so. Was macht man für Verluste? Aber ich sehe jeden Tag sehr stark, was ist meine Performance. Und bei Aktien, ganz ehrlich, wenn ich bei Aktien eine Performance von 10% im Jahr habe, um das zu spüren, mein Profit, wie viel Geld muss ich hier investieren? Also selbst wenn du jetzt 10.000 Euro nimmst und du machst im Jahr 10%, sind das 1.000 Euro. Rechnest du hier die Inflation noch dagegen, die Steuern noch dagegen, dann gegebenenfalls noch Brokergebühren und, und, und. Ich weiß es nicht, ob das so Sinn und Zweck der Sache ist. Wie gesagt, ich will das nicht schlecht drehen, aber ich distanziere mich immer mehr vom Aktienhandel, denn das ist wirklich für User, die im Bereich von 100.000 und sogar noch weiter aufwärts handeln, beziehungsweise ja langfristig unterwegs sind und nicht, ja, wie der Großteil der Deutschen, sage ich mal, vielleicht im Aktiengeschäft 1.000 Euro oder 500 Euro investieren. Das macht in meinen Augen weniger Sinn. Wie gesagt, Aktien ist natürlich ein teilweise, oder ist teilweise sicherer als Forexhandel, gar keine Frage, aber im Forexhandel kann man eben auch entsprechende Sicherheiten einbauen und sein, wenn man vernünftiges Risikomanagement hier durchführt, kann das auch sehr, sehr erfolgreich sein. Ja, was bedeutet das jetzt am Schluss? Wir sind ungefähr bei 20.000, äh, 23.000, je nachdem, äh, wie eben der Monat ist. Es gibt auch Monate, ja, da habe ich eigentlich fast plus minus null, weil es einfach mal ein mieser Monat war oder ich im Forex auch mal richtig verloren habe. Das passiert einfach, aber so durchschnittlich würde ich sagen zwischen 18.000 und 25.000. Davon muss ich natürlich noch Steuern zahlen, gar keine Frage. Dann bleiben am Schluss, ich sage mal, so 15.000, 14.000 Euro übrig. So, ist sehr gut, gar keine Frage. Ihr müsst euch aber vorstellen, das hat man über Jahre lang oder Jahre hinweg aufgebaut. Das hat, ähm, viel Zeit gekostet, das hat viele Nerven gekostet, das hat, ähm, privaten Stress gekostet, weil man vielleicht hier mehr involviert war, als vielleicht sich um die Familie am Wochenende zu kümmern. Also, klar ist das viel Geld und ich freue mich auch tierisch. Bei mir ist es einfach so, ich brauche kein Porsche vor der Tür stehen. Ich hatte jahrelang jetzt einen Firmenwagen, äh, ich brauche kein Porsche, ich brauche keine riesige Villa, ich brauche, ich brauche das alles nicht. Für mich ist mehr Sinn und Zweck hier wirklich, ähm, das Geld auf dem Konto zu haben, damit ich eben sorgenfrei leben kann. Und ein weiterer Punkt ist, würde ich mir jetzt zum Beispiel, nur als Beispiel ein Porsche für 150.000 Euro kaufen, Cash. Ja, mit diesem Cash kann ich eher wieder reinvestieren, um eben noch mehr Profite zu machen, als dass ich jetzt hier totes Kapital auf dem Hof stehen habe. Jetzt kommen wieder viele mit Leasing und so weiter. Ja, natürlich ist es möglich, aber wie gesagt, ein Auto ist für mich erstmal ein Fortbewegungsmittel, auch wenn ich sehr, sehr verrückt nach Autos bin, äh, und mich das sehr für interessiere. Aber für mich zählt halt wirklich, meine Familie abzusichern, mich abzusichern, finanziell wirklich ein gutes Polster haben, um dann eben entsprechend vielleicht in zwei, drei oder vier Jahren wirklich dann, ähm, sagen zu können, man ist finanziell frei, man macht es natürlich weiterhin, aber man ist einfach finanziell frei. Und das, finde ich, ist in der heutigen Zeit wirklich das größte Gut, was man haben kann, nach der Gesundheit natürlich. Aber ich will eigentlich damit nur sagen, viele, viele, viele haben die Möglichkeiten und ich unterscheide immer zwischen zwei Leuten oder zwei Menschenarten. Es sind einmal die Macher, die, die wirklich ein Projekt haben, egal welches, und einfach machen, auch wenn Freunde, Bekannte sagen, ach, das funktioniert eh nicht. Ja, okay, aber ich habe es probiert. Und dann gibt es die, die vielleicht jeden Tag sich Videos angucken über Charttechnik, was gibt es da alles, aber nicht wirklich die nächsten Schritt wagen, um wirklich zu lernen, zu lernen, zu lernen oder dann auch mal zu investieren, sondern sich über Jahre hinweg nur hier mal ein bisschen informieren oder, oder, oder. Es ist im Prinzip wie eine Lehre. Man muss wirklich in dieser Zeit so viel Input wie möglich sich zu verschaffen und dann eben diesen nächsten Schritt wagen, um dann auch wirklich zu sagen, okay, ohne investieren kann ich auch nicht erfolgreich sein. Das ist bei jeder Firma so. Also, wer nicht investiert, kann nicht gewinnen. Das ist einfach so. Und deswegen sage ich auch immer, wer an der Börse handeln will, vor allem im Volksbereich, sollte wirklich gewisses Risikomanagement kennen, sollte wissen, was er tut, sollte beziehungsweise eine Person haben, mit der man sprechen kann. Und da, finde ich, ist man bei mir wirklich schon auf einem guten Weg mit diesen Live-Analysen als Beispiel, indem halt man jeden Tag wirklich diesen Chart zur Hand bekommt, okay, das hat sich jetzt verändert, der Kurs könnte jetzt in diese Richtung gehen und dadurch eben auch entsprechend lernen. Ja, das war im Prinzip nach über zwei Jahren mal so ein Video, wie ich mein Geld verdiene. Ich denke mal, die meisten von euch hat es wirklich interessiert, denn ich habe also am Tag mindestens eine Nachricht darüber bekommen. Alex, zeig doch mal, wie verdienst du Geld. Ich habe noch andere, also wer mich dann noch länger kennt, ich habe noch mehrere YouTube-Kanäle, auch lustige YouTube-Kanäle, die ich aber eben nicht in der Öffentlichkeit zeige. Dann habe ich noch insgesamt jetzt vier oder fünf Propkonten. Auch noch die, aber durch gewisse Updates des Bots, die sehr viel Zeit kosten, jetzt erstmal nahezu stillgelegt sind und dann eben entsprechend wieder gestartet werden. Also bei mir summiert sich das durch sehr viele Sachen und dementsprechend, ja, kann man sagen, sehr erfolgreich. Wie gesagt, es gibt auch Monate, die einfach mal schlecht sind, aber das ist auch im realen Leben so, auf Arbeit und dementsprechend, ja. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Bin mal gespannt auf die Feedbacks. Das soll jetzt hier kein Angeber-Video oder sonst was sein, sondern wirklich nur ein Video, in dem ich eben, weil es so viele Fragen gibt oder gab, das eben hier entsprechend, das auch mal transparent zu zeigen. Danke euch und bis zum nächsten Mal.